So Leute, ähm, jetzt sind wir wieder, nachdem die, ähm, ja, ich weiß gar nicht, was bei Ruckel passiert ist, ich glaube, das Spiel ist einfach abgestürzt, ich weiß es nicht mehr. Äh, ja, man sieht, es ist, ja, alles, was wir an dem Tag gebaut haben, nicht mehr da, ich muss das hier jetzt nachbauen. Und die Jungs haben was vor. Die werden nämlich jetzt zum, ähm, Stoffen. Warte, aber dann muss ich meinen, ich muss meinen Gleiter ablegen, ne? Okay. Aber hoffentlich bleibt er dann hier oben. Warte mal. Ich quatsch jetzt einfach über die Jungs drüber. Äh, die werden jetzt gleich zum Strand fliegen, äh, und holen nochmal die Pistole, weil die weggepackt ist, als wir die Virginia gegeben haben. Ja, ja. Und, äh, ja, ich, ich hole in der Zeit das Bauen nach. Nee. Nee, ich glaub, das wird nix. Und mittlerweile ist auch Aris der Haus, der Map, ähm, sodass wir vielleicht die Samstürz nicht haben. So, jetzt bin ich weg. Ja, egal, ich springe von hier einfach. Ja. Au. Alter, du, siehst du so krass aus, einfach. Mit der Rüstung? Ich seh mich halt selber leider nicht. Ich hab jetzt einfach eine volle... Oh, hier ist der Gleiter. Kelvin, komm mal mit. Ach, shit, ich muss nur noch schnell was essen. Ich muss was? Deine, äh, Senioren-Blutdaum muss ich auffüllen. Ja, du bist ja jetzt ich. Ja, und du bist ich. Und ich bin du. Oh, endlich wieder hier und endlich steht Virginia nur auf mich. Ja, und der Anfang vom Ende ist das Erste vom Letzten. Ja, du kriegst das Letzte vom Ersten gleich zu hören, mein Freund. Oh. Ob du hier bist und nicht. So, warte mal, wie hab ich das vorhin gemacht? Bin so, dann hab ich den irgendwie... Fall nicht noch mal. Warte, doch, 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 doch. Oh, meine Falle ist dadurch auch wieder da. Nice, das hat einen Vorteil. Ah. Warte, du musst in die Richtung schauen und dann ablegen. Ja! Er wirft ihn immer nach hinten weg. Ach, nice. Ah, okay. Okay, probier mal. Nice. Sehr gut. Obwohl er losfliegt, sag Bescheid, dann guck ich nämlich zu. Okay. Okay. Ich hab mir grad kurz sowas angeholt. Äh, irgendeinem von euch bringt Virginia was. Ich speicher nur noch mal. Also, ich speicher jetzt mal auf einen ganz neuen Speicherstand. Okay. Mal gucken, was ich jetzt hier angezeigt kriege. Spiel gespeichert. Hä? Hä, du kannst, ich wollte sagen, du kannst keinen Speicherstand machen. Das ist das Ding. Wir speichern einfach immer nur das Inventar. Ach so. Ach so. Genau, wir haben keinen Speicherstand. Wir werden quasi einfach nur in dein Spiel eingeladen. Darum haben wir auch nicht die Map-Fortschritte. Wie das mit den Späts und die GPS-Dinger angezeigt werden. Ja, du musst nach unten auf den Boden schauen, dass das wirklich ganz nach oben zieht. Aber das reicht doch, oder? Von der Höhe. Nee, nee, nee. Noch, noch. Er muss noch eins höher. Ich bin gerade so hingekommen. So? Nee. Nee. Ja, so müsst... Probier mal. Die kommt nicht zu euch. Die steht da mit irgendwas in der Hand und will jemandem was geben. Ich kann meinen nicht ablegen, sonst ist er wieder... Ja. Ja, okay. 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 I'm set ready. Warte, ich gucke. Aber warte, wir müssen nach... Wir müssen dann nach rechts ab. Fast, genau. Ach, wie sie da unten rumläuft und ich zu euch kann. Oh Mann. Leg einfach ab, Virginia. Wir kommen wieder. Es fliegt sie uns hinterher. Komm, gibst du mir, Virginia. Wir schauen nach hinten und hält sie so ein Gewürz irgendwie. Wie so ein Gleiter, so nach oben, so eine Pflanze. Nice. Gut gemacht, Virginia. Okay, sie nimmt die Pistole aber wieder raus. Also, scheint jetzt richtig zu sein. So. Gut, Aris. Dann... Ich hab ein bisschen Angst. ...wünsche ich euch mal einen guten Flug. Passt auf die Haie auf, die Fliegenden. Oh mein Gott. Was? Was, die Fliegenden Haie? Was? Okay. Äh, auf... Auf... Auf was fliegen wir? Auf... Auf 18. Auf 18. Auf 18, ja. 3, 2, 1, go. Hoppa! Oh, Alter. Oh mein Gott. Oh. Da fliegen sie. Alter, sind wir hoch. Oh mein Gott, aber reicht das, meinst du? Ich sehe euch nicht. Ja, ja. Oh, Aris. Jo. Da fliegen sie. Ach, so weit nach rechts? Und fliegen sie. Nee, nee, nee. Wir sind schon... Wir fliegen genau drauf zu. Wir sind auf Kurs. Wir sind auf Kurs. Ey, das sieht so geil aus. Oh, herrlich. Wir müssen alles auf der Map jetzt verfolgen. Ja. Aber spähe gleich nach unten ein bisschen. Sag, Calvin. Ich spähe nach unten. Wir müssen aber ein bisschen nach links. Ihr fliegt nicht genau drauf zu bei mir. Nee, bei mir sind wir... Bei mir nicht, bei mir fliegt. Ihr fliegt halt auf das obere zu und nicht auf das im Wasser bei mir. Also, wir sind doch... Jetzt fliegt ihr so ein bisschen nach links ab. Echt? Oh, schau dir diesen See an. Genau, er fliegt auf den See zu. Ihr müsst jetzt aber eigentlich so ein bisschen weiter nach links. Ihr fliegt jetzt einfach nach oben zu dem. Das ist das Falsche. Aris, ich komme mal ein Stück zu dir rüber. Okay. Ihr müsst auf jeden Fall nach links. Ich hoffe, ich sink dadurch nicht ab. Ich sehe dich gar nicht. Aber jetzt... Oh, vor allem müssen wir mit den Dingern wieder zurückschwimmen, Aris. Durch die ganzen Reihen. Oh nein, das ist dann wieder komplett zurück. Und ich habe keine Rüstung, Alter. Oh Gott. Oh mein Gott, stimmt. Ohne Rüstung ist gut, dass wir so viele Knochen haben. Ich glaube, wir können so langsam runter, oder Aris? Sonst fliegen wir bis Timbuktu noch. Ich spähe erst mal, ob es das Heile gibt. Und vielleicht ist der Gleiter ja wieder oben. Ja, vielleicht stehen die ja wieder oben, dadurch, dass wir restartet haben. Das spawnt ja eben alles nah. Aber man verliert nicht an Höhe. Nee, nee, null. Wir sind so leicht. Wo bist du eigentlich? Wo fliegt ihr hin? Ihr fliegt bei mir halt gerade dran vorbei. Ja, wir fliegen an der Klippe rechts vorbei, um zu schauen, ob der Gleiter nochmal... Ah, okay, okay. Da wird Ginja mit der Knarre hinter mir. Pass auf, Mädchen. Okay, ich sehe das kleine Zelt. Ist das geil, dass das geht. Das sieht aber auch so geil aus gerade. Oh mein Gott. Also irgendwann muss ich auch mal einen Flug quer über die Insel machen. Nee, hier ist kein Gleiter. Verdammt. Weil da müsste doch noch der Dritte irgendwo rumliegen sowieso noch. Oder nee, der war auch ein Wasser. Ja. War der nicht noch weiter hinten, Aris? Warte, wie wäre es, wenn wir gar nicht da landen, sondern jetzt gleich am Strand? Da müssen wir die nicht hin und wieder zurückschieben. Ja, der... Ja, wäre vielleicht besser. Aber wir sparen uns halt einmal den Weg, ne? Wenn wir da sind. Ja, aber ich glaube zurückschieben ist zeitaufwendiger. Ich lasse ihn meine am Strand. Okay. Ach, damn. Okay, okay. Dann lassen wir den am Strand, ja. Alter, auf Mission hier, ey. Oh, ich kriege das alles jetzt. Oh, was ist das? Was habt ihr denn jetzt schon wieder gefunden? Sagt ich, ich hab jetzt was gefunden. Ich bin nicht da. Dann kann ich das nicht mitnehmen. Nee, nur so ein komischer. Hier ist unser Zelt. Okay. Sturzflug. Speichern. Oh. Damn, ey. Du kommst halt einfach, ey, wir hätten, weißt du, Lucy, wir hätten noch so weit fliegen können, ey. Ja, glaube ich. Einfach über die ganze Insel. Ey, wir müssten eigentlich hier auch nochmal einen Turm bauen, Aris. Einfach nur einen Turm, so, weißt du? Ja. Dass man zumindest so ein Stück halt wieder zurückkommt. Die nächsten fünf Folgen sehe ich euch dann nicht wieder, ne? Genau. So, die müssten ja jetzt auch speichern, ne? Die werden ja nicht despawn. Ja. Oh, warte mal. Ah, speichern, apropos. Die Virginia hier einfach patrouillieren ist. Da. So. Ah, wieso kann das Meer nicht zufrieren? Echt mal. Aris, wir müssen's tun. Wir müssen's tun. Ich habe jetzt auch keine Haie gespäht. Vielleicht sind sie ja weg. Vielleicht ist es zu kalt. Ja, stimmt. Ich habe notfalls noch eine Handgranate. Die Reihe wegspringen. Übel wäre jetzt natürlich, wenn da keine Waffe mehr ist. Oh, oh mein Gott, schau noch hinter dir. Was ist jetzt los? Ähm. Was ist bei euch denn los? Voll die Armee. Bisschen Besuch. Ganz bisschen nur. Okay. S, O, Drei, vier, fünf, sechs. Was? Gegen die Kämpfe nicht. Sieben Leute. Acht. Ja, lass ab, haut aus. Leute. Okay. Scheiße. Haie oder Armee? Ja, Leute. Da müssen wir uns entscheiden. Es landen die Kannibalen mit unseren Gleitern im Camp. Ich gönne mir erstmal ein Schluck aus meinem Topf. Ja, Lucy, geht's dir gut? Ja, ich hab, also ich hab Calvin holt Holz. Virginia bewacht mich hier mit, äh, mit der Knarre. Oh Gott. Die nur schon wieder nicht, wo sie ist. Untertauchen. Virginia. Oh mein Gott. Das ist so gruselig, nicht untertauchen. Ja. Verdammt. Hab ich da, war da, warte mal. Sag nicht, nein, wehe. Nein, 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 nein. Weißt du, das Schöne ist, ich kann, ich kann einfach nur auf den Radar gucken und sehe euch halt da oben. Scheiße, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, nicht nach unten schauen, nicht nach unten schauen. Calvin. Nein, einfach durchziehen, durchziehen, durchziehen. Das Knoppers ist kein Hai, der dich beißt. Das Knoppers ist kein Hai. Oh, Calvin. Oh, wir sind gleich da, Aris, wir sind gleich da. Mein Gott, ich bin untergetaucht, wieso? Okay. Achso, keine Kraft mehr? Nee, ich... Da war unter. Hier ist noch der Gleiter. Ah, hier ist noch der Gleiter. Lol. Kletter hoch, kletter hoch. Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Lebt doch noch. Die Pistole liegt hier. Ja, ja. So, das heißt... Also, ihr habt jetzt zwei? Ja, warte. Ich muss noch rein schlüpfen. Oh, Calvin, Calvin... Oh, ich hätte... Oh nein, ich hätte probieren müssen, ob ich Calvin eine geben kann, dann hätte ich mitfliegen können. Nice. Oh, stimmt, Lucy. Ah, Mann. Ich weiß nicht, ob man Calvin eine geben kann. Ich glaube nicht. Da war nur... Ich konnte nicht durchblättern, da war auch dieses Symbol nicht. Ja, okay. Ja gut, vielleicht geht das nicht, weil Calvin ja so ein bisschen geschädigt ist. Okay, jetzt kombiniere ich diese Waffe. Okay. Das klingt auch so echt. Das klingt so echt, als würde Wasser gegen so ein Gummiboot. Ja. Das Gummiboot... Kommst um die Ecke, steht da einfach Virginia mit der Knarre, ne? Da schrickst du dich jedes Mal. Die läuft halt wie so ein Patrouille gerade, das ist voll cool. Aber du kannst ihr nicht noch eine Knarre geben, ne? Ich... Nee. Du könntest jetzt nicht deine geben. Also, das habt ihr ja quasi gemacht, und ich wurde ja die eine weggebackt. Ja, nee, dann lieber nicht. Glaube nicht. Ja. Aber wäre schon geil, wenn sie einfach so... Weiß ich nicht. Hier, sie ist halt einfach hier... Wie heißt denn der von Star Wars nochmal mit den vier Armen? Und kann einfach vier Lichtschwerter passen. General Grievous. Ja, genau. Okay, schwimmen wir zurück. Ja. Siehst du irgendwas? Ich seh nix, ich seh nix, nee. Weißt du, was von Belasten für Virginia sein muss? Wenn die mal jetzt Schuhe kaufen geht, ne? Es gibt ja immer nur... Ja. Also, die hätte nie den dritten Schuh. Das ist übel. Das ist übel. Ich seh keinen Hai. Schwimmen wir. Auch nicht, let's go. Jetzt gleich hör ich den... Er knabbert an meinen Zähnen. Warte, ist mir... Oh mein Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weiter, 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 weiter. Alter. Ich sterbe hier. Das klingt wie so ne Bärenfalle, ey, Mann. Okay, bei mir kam gar kein Sauna, dass der mich gemissen hat. Oh, zieh durch. Oh, oh Gott. Er hat schon wieder... Er hat schon wieder... Ich darf nicht sterben, ich darf nicht sterben. Oh, was? Nein, 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 nein. Was ist das, wenn ein Inventar hier im Wasser landet? Weißt du, das Gute ist auch, weißt du, du ohne Rüstung, ab dahin, ich voll Rüstung bleib hier. Ja. Zick, zack, schwimmen. Oh mein Gott, hat sie mich gerade zerrissen. Alter, ich hab nur noch ein Viertel Leben oder so. Ich bin gerade untergetaucht, um zu schauen, ob man hier auch schneller schwimmt, als im As... äh, als, als Ober... äh, über dem Wasser. Und dann kommt der Hai direkt vor mir. Seid ihr noch... Also seid ihr in Land, oder? Gleich, gleich. Oh mein Gott. Schwimmt, aber euer Leben. Oh. Shit, wir sind genau in die Bucht, wir müssen nach links, gerade nach links. Das ist halt so witzig, euch einfach nur dabei zu hören, die Bau hier vor mich hin. Oy, 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 oy. Oy, 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 oy. Das müssen wir doch die Armee. Da ballern wir uns jetzt durch. Alter. Alter, ich hab gar kein Leben mehr, ey. Oh, ich bin richtig arme Arsch. Was treibt da? Ach, das ist nur ein Stock. Er ballert uns jetzt durch, finde ich. Das Wasser treibt, hab ich grad fallen gelassen. Virginia, was ist los? Patrouille, Schneegleitern, abhauen, auf dem Berg und dann segeln wir. Ah, warte, erst speichern. Und da Kelvin. Ja, speichern, speichern. Motten Einsatz und dann hauen wir ab. Motten Einsatz. Oh Gott, oh Gott, sie kommen. Nee, sie kommen nicht. Vor uns ist auch einer. Speichern. Ah, musst du den abwerfen. Kevin. Okay, speichern. Speichern. Ja, das ist deine Hand, Kevin. Schnell. Okay. Alter, so geil, ey. So eine geile Mission irgendwie. Ja, ihr wart voll auf Verquest hier. Schnell, schnell da hoch. Oh, my God. Okay. Nein, au. Nein. Mach ihn. Ich bin abgestürzt. Ich drehe um. Dreh um, rette mich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Go, go, go. Mann, nein, ich habe keine Ausdauer mehr. Schönes Ding, schönes Ding. Okay. Okay. Ich denke ich. Go, go, go. Ja, jetzt. Oh, mein Gott. Scheiße, die anderen kommen. Schnell weg. Oh, mein Gott. So, Kevin. Wollen wir hier echt einen großen Turm bauen, Aris? Ich werde euch nie wieder sehen. Also an sich denke ich lieber auf den Klippen oben, weil hier unten müssen wir ja gar nicht mehr. Ja. Dann können wir, glaube ich, von Klippe aus... Ja, wobei ist schon ein gigantischer Höhenunterschied. Ja. Schau mal, hätten wir unten einen Turm gebaut, der bestimmt acht Dinger hoch wäre, dann wären wir jetzt nicht mal hier. Ach so, ja. Könnte sein, ja. Dann müssen wir ja 50 Teile hochbauen. Wenn wir jetzt hier einfach... Ach, ich weiß nicht. Hier sind so viele Bäume halt, ne? Ja. Also, das wäre ja relativ schnell gemacht. Ja, aber wir sind auch schnell gemacht, wenn wieder so eine Armee kommt. Oder den ganzen Weg jetzt wieder zurücklatschen. Ich meine, für später wäre es halt auch geil. Dann baust du es einmal und dann... Ja. Okay. Aber ich weiß ja nicht, wie weit. Wir kommen schon, wie hoch Lucy ist. Hm. Von uns aus. Hm. Hm. Das muss man sich mal für später aufheben und dann so einen richtig hohen Turm bauen. Ja. Dass du einfach wirklich auf die gleiche Höhe kommst, zumindest. Calvin, was machst du denn? Der fällt hier ganz komisch Holz, auf jeden Fall. Das liegt immer so und... Ja. Verdammter Calvin. Viel zu weit weg und dann setzt er sich immer auf deine Bank und macht Pause. Ach. Calvin, kleines Gehirn. Ja. Wird schon einen Grund haben, warum man dem keine Waffe geben kann. Ich finde es aber auch schön, dass man ihm einfach konsequent keine Winterkleidung geben kann, wenn es Winter ist. Ach ja. Der soll gefälligst frieren, der Penner. Er tut ja auch nichts. Er muss abgehärtet werden. Er ist einfach für 90 Prozent unserer Base zuständig. Er tut ja nichts. Oh, Mission Motte war erfolgreich. Mission Motte. Aber dass das geklappt hat, ist schon richtig cool. Okay, wenn du ein bisschen... Was machst du da unten? Du sollst Stämme holen. Ja, hol mal die da unten. Genau. Ach und... Oh, hinter die... Ih, rein weiter. Was ist das? Oh, Alter. Oh, Fleischberg. Fleischberg. Was? Fleischberg? Ih, was... Hä? Habt ihr was Neues? Nee, der ist aber ganz gut eingepackt. Marc, Fleischberg ist hinter uns her. Fleischberg. Äh. Äh. Lass mich, du ekeliger. Ich glaube, Fleischberg ist der, den wir in der Mine, äh, in der Höhle weggesprengt haben. Das ist Fleischberg. Ja. Ja. Das stimmt. Fleischberg. Untersuchst du ihn? Ah, schön. Ach, das hast du auf die zwei gelegt. Äh, Kevin, da sind nur zwei Stämme drin. Was machst denn du? Ich schau mit seiner Rüstung, da wird er halt dauerhaft umarmt. Ja, stimmt. Das ist ein richtig friedliebender Mensch. Ja. Oh je, wie lange ist der uns hinterher? Ich... Ja, stimmt, seit dem Strand. Ja. Das Keuchen, das waren gar nicht wir. Ja. Der hat sich auch... Ah, warte. Hast dann gar nicht du mich abgeschleckt? Im Nacken? Was? Äh. Und du hast... Hast mir gar nicht den Finger ins Ohr gesteckt in der Nacht? Hast du gespeichert? Nee. Ach doch, das war ich. Warst du mein Finger? Nee. Sowas würde ich doch niemals mit meinem Finger machen. Weiß nicht, ob ich mich wieder hier das Lager reinlassen soll. Machen wir die Tore zu. Genau. Du hast mit Virginia zusammen, hast du da so einen übelsten Palast hingezubbert. Und wir müssen jetzt... Die alten Säcke müssen jetzt... Ja, also... Virginia ist halt hier die Palastwache, ne? Mit ihrer Knarre. Ja. Und weißt du, wie sie das macht? Jeder, der rein will, muss gegen sie Steinschere, Papier, aber verliebt immer. So, weil sie aber alles drei machen kann. Ja. Nice. Was meint ihr? Ja, man kann mit dem Gleiter zusammen Timmy Hawk machen? Oh. Alter. Nee. Alter, du fliegst einfach bis zum Mond. Ja, es wäre zu viel Macht. Zu viel Macht. Dann werden wir einfach die Insel regieren. Ey, alter Aris, weißt du, wie weit ist das denn noch? Wie viel haben wir jetzt schon, laut Karte? Wir sind fast da. Oh. Nicht nur weit. Nur noch den Fluss hier oben. Oh, stimmt, ihr sind nicht. Oh mein Gott. Stimmt, ihr sind nicht. Oh, ich verschreck viel zu oft. Achtung, da. Nacktmulch. Wo ist er? Das ist Lord Voldemort, aber der ist ja blind, der sieht uns nicht. Lord Voldemort. Aber der hört uns. Wenn der gleich anfängt zu krabbeln, dann fliege ich. Ich hebe ab. Oh, aber Calvin. Dann gebe ich dir Wind von hinten, mein Freund. Ja. Dann puste ich mal kräftig. Hä, der hat hier alles weggefällt, aber hier liegen halt kaum Stämme. Das war sch... Hä? Macht Calvin wieder nichts, oder was? Also doch, der hat hier auch ziemlich viel weggefällt, aber hier liegen überhaupt nicht so viele Stämme, wie er gefällt hat. Das finde ich irgendwie weird. Oh, oh, Patrouille. Wir müssen fliegen. Ja, ich bin schon halb geflogen. Die rennen genau auf uns zu. Oh nein. Ich höre es genau hinter mir. Oh Gott. Oh Gott. Scheiße. Ich bleib hängen. Ich bleib hängen. Nein. Bitte, bitte. Bist hängen geblieben. Hey, ihr seid doch gleich da. Ihr seid doch links neben mir. Oh, 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 oh. Die meint es nicht gut. Aris, kommst du zu... Warte. Ich hab sie. Yo. Beide one hit. Virginia, geh denen mal helfen. Schießt alles nieder. Genau. Aber nicht die beiden. Er atmet. Er atmet. Wir atmen uns ja. Oh, Virginia, kannst du... Oh, ich... Virginia wäre halt wirklich prädestiniert für so einen Erwachsenenfilm. Die hat einfach drei Hände. Oh, ja. Virginia ist einfach für Multiplayer. Sie heißt auch noch Virgin, ja. Genau, Virgin, ja. Na, Calvin, wir sind zurück. Ja, Calvin. Warte mal, warum steht der hier? Der soll Holz holen. Genau, Calvin, tu was. Oder hat der schon... Guck mal hier, der hat hier voll viel abgeholzt, aber er hat... Also, es liegen halt überhaupt keine Stämme hier. Ah, wir haben es geschafft. Jetzt kannst du dir von Virginia wieder die... Ah, warte. Nee, Lu... Nee, warte mal. Doch, doch. Nee. Shit. Nee, doch, nee. Nee, doch. Mach hier das jetzt. Wie kriege ich jetzt Virginias Waffe? Ach so. Das... Ah, dass das vielleicht nicht geht, weil... So. Wie kriegst du die Waffel? Oder wir schauen unten wieder beim Heli nach dem Equipment. Das könnt ihr natürlich auch machen. Der war ja gar nicht so weit weg. Also, der ist ja ganz in der Nähe hier. Ja. Echt? Das müssen... Der ist nicht weit weg von hier, nee. Aber in welcher Richtung? Aber wo ist der? Wird der angezeigt irgendwo? Nee, aber das war auf jeden Fall in die Richtung nah. Ja. Okay. Oder? Warte mal. Müsste... Doch, es müsste ungefähr... Es müsste schon in die Richtung hier irgendwo sein. Okay, dann... Müsste. Wir sind von da hinten... Noch mal auf den Turm, Ares? Wir sind von der Seite ausgekommen. Okay. Dann sehen wir mehr. Nur, das ist halt so im Wald. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ja, müsste man halt von ganz oben. Wenn wir nur einen Turm hätten. Ach so. Wo ist denn Calvin? 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 Du hockst schon wieder auf deinem scheiß Stuhl. Oh nein, Ares, hoffentlich kriege ich dein... Nee, okay. Hm. Alter, ich habe gleich keine Energie mehr. Also hier... Shit, ich komme in meinen... Das ist mein Energy Drink. Okay, Ares. Die erste Mission war Mission Motte. Was ist jetzt? Mission... Viech. Mission Viech. Calvin. My boy. Mission Brummer. Ja. Oh, Calvin. Das könnte reichen, ja. Komm mal ja. Ah, hä? Der war, glaube ich. Er fasst. Na, komm. Okay. Also nach links, ja? Ja. Im Notfall kann... Luzi kannst du... Äh, Luzi kannst du es ja lotsen. Oh Gott. Ich weiß... Ja gut, ihr müsst halt nach links, ne? Also in die Richtung... Also nach... Also nach... Okay. Also ich weiß nicht genau, wo es war, aber wir sind auf jeden Fall von hier hinten gekommen. Also von da hinten gekommen. Ja, also der Berg war von... War rechts von uns auf jeden Fall. Genau. Also nicht links. Genau. Wir sind... Wenn ihr auf... Warte mal ganz kurz. Wenn ihr auf dem Radar guckt, ist doch... Wenn man in die Richtung guckt, ist doch dieser längliche... See. In welche Richtung guckt? Also in die Richtung, wo ihr gleich hinfliegen werdet. Ja. Das ist der längliche See. Und von diesem See aus sind wir gekommen und sind dann auch zu diesem kleinen See da gegangen. Also irgendwo da in dem Bereich muss das sein. Das werden wir schon finden, Aris. Wir sind sehr weit oben. Wir sind... Ja. Okay. Drei. Drei. Okay. Drei. Zwei. Verdammt. Nee, wir müssen weiter nach links. Ah doch, warte. Hier war die Clip. Doch, da ist er. Oder? Nee. Nee, ist er nicht. Oh, oh, oh. Ich glaub, wir waren aber weiter drüben. Ja, aber wir sind halt von da gekommen. Wir sind halt so ne... So ein Kreis quasi und das war echt nicht weit weg von unserem Lager. Da hab ich noch gesagt, so ab hier waren wir ja überall und dann haben wir ja diesen Heli gefunden. Ich bin jetzt bei dem länglichen See. Genau, das ist schon zu weit. Ich glaub, ich seh die Klippe. Das ist halt schon zu weit von der Klippe und dann in Richtung... Genau, diese Klippe und dann in Richtung Lager. Dazwischen muss das sein. Also du bist schon viel zu weit da hinten bei dem länglichen See. Hier ist das Equipment, wo du im Brot irgendwas gefunden hattest. Und dann halt, genau, so in Richtung unseres Lager. Also dazwischen dem See da und unserem Lager. Das war ganz in der Nähe. Ja. Hast du's, Aris? Ich bin mir grad nicht sicher, ob wir bei dem Boot waren, also bei dem kleinen See. Oh, danke, Virginia. Bevor wir beim Heli waren. Für das tote Eichhörnchen. Virginia. Genau, ich glaub, dann bin ich hier hoch auf die Klippe und dann... Ich komm jetzt zu dir, weil ich bin schon zu weit unten. Das wär so geil, wenn sie mit der Pistole einfach so Eichhörnchen und Hasen erschießt. Ach, ja. Du hörst es einfach nur knallen die ganze Zeit. Ja, sie hat noch nicht geschossen. Ich hab auch noch keinen Gegner gesehen. Was ist das? Ja. Ah. Was für dunkel, Leute. Shit. Oh, oh. Was ich so... Also seit wir hier wieder beim Camp sind, ne? Es sind keine... Oh, nevermind, das ist ein Gegner. So, Virginia. Virginia. Jetzt bin ich ja gespannt. Schatzi, komm mal her. Das ist ein Gegner. Du musst mich verteidigen. Du sollst nicht ins Haus gehen. Das ist schon wieder so ein Voldemort. Calvin fällt munter Bäume. Ach, Aris, du fliegst die ganze Zeit noch. Ich bin schon auf dem Boden. Ach so, ne, ne. Ich bin noch mal hochgeklettert. Auf dem Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Was ist denn, wo war der denn? Wir sind doch von da oben abgesprungen irgendwo. Hier ist er. Ne, schau... Ne, sorry. Ist er nicht? Ne, ne. Virginia. Jetzt hat die sich einfach auf Calvins Stuhl gehockt und sitzt da so mit verschränkten Arm so, na, ich mach jetzt nix mehr. Die hat jetzt Feierabend. Ja, die läuft die ganze Zeit hier Patrouille und jetzt, wo so ein Voldemort vor unserem Camp ist, setzt die sich da hin, anstatt mir hier zu helfen. Elvin. Verdammter Virginia. Elvin, bitte pass auf. Ah, jetzt siehst du halt gar nix mehr, Aris. Ich glaub, wir müssen... Ja, wir müssen, glaub ich, erst Tag machen. Aber warte, ich bin ganz nah. Ich spür's. Wir können uns ja auch ein Zelt machen. Stimmt. Wir können ja trotzdem pennen. Genau, das können wir auch mal machen. Jeder baut sich ein Zelt und geht pennen. Okay, ich seh jetzt gar nix mehr, Alter. Ich muss das echt machen. Okay. Zelt? Nein! Zelt bauen, okay. Ja, Calvin, ich weiß, dass da ein Gegner ist. Also, ich hoffe, ich kann pennen mit dem Gegner in der Nähe. Ich hoffe, hier ist jetzt gleich keiner. Zeit. Also, ich kann pennen gehen. Okay, ich bin... Warte, ich geh hin, ich geh hin. Du bist müde. Oh. Wunderbar. Guten Morgen. Hä? Loll? Schnee ist weg? Oh, oh, lol. Bei mir nicht. Doch, bei mir schon. Ja, es ist Frühling. Oh, der Frühling erwacht. Wie cool das ist. Der eine Busch... Also, dieser eine Bärenstrauch wächst hier vom Fenster direkt. Und der wechselt so ins Haus rein. Das sieht voll hübsch aus. Okay. Als ob das so voll die Deko gewollt ist. So, Virginia, was machen wir denn heute? Guckt ihr das an mir? So, ich bin nochmal im Flug. Ist bei dir immer noch Winter, Aris? Ja. Oh, jetzt regnet es bei mir. Es regnet. Es regnet. Bei mir ist Winter. Bei Aris ist also... Oh ja, jetzt sehe ich es. Wie über die Landschaft so, die... der Schnee wieder schmilzt. Aber vielleicht ist es bei dir einfach, weil du die Map hast. Dass es irgendwie wieder anders funktioniert. Wuppa! Wee! Das heißt, unsere Dings sind gleich vielleicht voll. Virginia, komm mal mit. Da, den musst du erschießen. Komm mit. Aris, morgen! Jetzt, erschieß ihn, Virginia. Ich weiß, dass der da ist. Das ist hier da beim Schnee... Also ohne Schnee finde ich es gar nicht mehr. Da kann ich mich gar nicht mehr orientieren. Ja. Also hier auf jeden Fall eine Klippe mit Gleiter. Und von da aus war dann so ein... Lucy, alles klar? Virginia! Sie pumpen Wien! Sie künsteln voll aus! Flieg mal drüber. Schieß die Tod! Warte, warte, warte. Sorry, Leute. Warte, ich komme. Ich rette euch. Ich komme. Alter, Virginia! Ich komme. Alter, sie hat den Voldemort einfach weggeschossen. Oha! Virginia! Also ich möchte mal ganz kurz sagen... Das Camp von oben aussieht. Ich möchte mal ganz kurz sagen, da war ein Voldemort und ein Halber. Okay. Virginia hat den Voldemort einfach weggeschossen wie eine Weltmeisterin und der Halber hat Calvin einfach umgehauen. Okay, ich bin da, ich bin da. Alles okay? Ja, komm, sie hat ihn hier einfach... Guck mal, wie der aussieht. Er ist blutüberströmt. Sie hat ihn einfach niedergeschossen. Alter, Virginia. Ja, und das Baby hat Calvin plattgemacht. Also, also... Calvin wurde plattgemacht. Also das Baby hat Calvin... Ah, okay, verstehe. Also wirklich so, ja. Also Calvin war am Boden. Oh mein Gott. Aber wie gut ist das denn mit Virginia und der Waffe? Sie braucht ja anscheinend auch keine Munition. Tja. Und das hat echt gut geklappt. Also sie hat einfach geballert. So sechsmal oder so. Und dann war das Ding tot. Das ist jetzt unsere Armee des Todes. Und dann war das Ding tot. Und dann war das Ding tot. Und dann war das Ding tot. Vielen Dank.